Aus der Serie Halbgott in Weiß. Für Sie, für unsere Freunde der Medizin, ein Stück mit dem Titel Trap, Trap der Trapper, Tripp, Tripp der Indianer. Das ist also ein Stück von Professor Doktor Sauerbruch beim Betrachten einer Kniekehlenverletzung mit dem Titel Das kann ja eiter werden. Liebes Kollegium, liebe Freunde der Medizin, Er spricht zu Ihnen jetzt, Doktor Matt Wurst, den wir alle kennen. Meine Damen und Herren, liebes Kollegium, ich spreche heute. Ein Fall für mich. Meine Damen und Herren, der menschliche Körper. Was ist denn los? Ich bin es doch nur, euer Otti, hier. Ist doch alles nur Spiel. Fast. Der menschliche Körper, meine Damen und Herren. Ich möchte heute ein wenig dazu beitragen, dass der Mensch seinen Freund den Körper besser verstehen lernt. Schauen wir doch deshalb einmal in einen solchen Körper hinein und lernen wir begreifen, wie wunderbar alltägliches, ja selbst Banales aus der Sicht des Körpers ist. Zum Beispiel das Wunder des Ärgerns. Wir befinden uns jetzt im Körper von Herrn Soest. Herr Soest sitzt in einer Kneipe. Die Leber arbeitet gut. Die anderen Organe regeln sich in der Gegend herum. Da plötzlich meldet sich das Ohr. Ohr an Großhirn. Ohr an Großhirn. Habe soeben das Wort Saufkopf entgegennehmen müssen. Großhirn an Ohr. Von wem? Ohr an Großhirn. Ich kann nichts sehen. Mal Auge fragen. Großhirn an Auge. Wer hat denn ihm Saufkopf gesagt? Auge an Großhirn. Der Typ, der uns gegenüber steht. 1,95 groß, breite Schultern und Schlägervisage. Großhirn an alle. Fertigmachen zum Ärgern. Großhirn an Drüsen. Adrenalinausstoß vorbereiten. Milz an Großhirn. Milz an Großhirn. Was ist denn da los, Beuge? Ich kriege ja überhaupt nichts mit. Brauchst auch nichts mitzukriegen. Halt dich da raus aus dem Funkverkehr. Großhirn an Blutdruck. Steigen. Blutdruck an Großhirn. Blutdruck an Großhirn. In Ordnung. Gestiegen. Leber an Großhirn. Leber an Großhirn. Wo bleibt der Alkohol? Ich kriege ja überhaupt nichts mehr zu tun. Großhirn an Faust. Ballen. Milz an Großhirn. Soll ich mich auch ballen? Schnauze. Großhirn an Faust. Ausfahren. Milz an Auge. Ich sehe was, was du nicht siehst. Auge an Milz. Das glaubst du doch selber nicht, du blinde Nuss. Leber an große Blutdruck. Also Ruhe zum Donnerwetter. Wie soll man sich da vernünftig ärgern? Da geht ja alles durcheinander. Alles soll auf ein Kommando. Ist das klar? Ne, keine Lust. Noch so eine frecke Merkung, du fliegst raus mit. Großhirn an Faust. Ausfahren und zuschlagen. Faust an Großhirn. Ich trau mich nicht. Feigling, Feigling. Kleinhirn an Großhirn. Kleinhirn an Großhirn. Jungs, nun lasst doch mal die Aufregung. Ihr zieht doch sowieso den Kürzeren. Großhirn an Kleinhirn. Vielen Dank für den Tipp. Großhirn an alle. Ärger langsam eindämmen. Adrenalinzufuhr stoppen und Blutdruck langsam senken. Achtung. Fertigmachen zum Händeschütteln und Schulterklopfen. Großhirn an Zunge. Zwei Bier bestellen. Eins für den Herren gegenüber. Und eins für die Leber. Prost.